Hallo, hier ist wieder TOTS261 und wir spielen weiter mit Royal Zero Measured. Wir haben das letzte Mal die Superbomben, wie sie auch immer genannt werden, gefunden. Ach. Und dann schauen wir mal. Jetzt kommt... Oh, Piss dich! Damit kommen wir jetzt nämlich... ...hier rein. Ja, genau. Und... ...hier geht's, genau. Hallo? Okay. Ich habe einen Sch dever, okay. Ach so. Okay. Oh Gott. Was ist das denn? Hilfe, geh weg und das ist Meta-Replay. Was war das denn? Ja, genau, fahre da noch ein paar Waffen auf. Ich habe noch nicht genug davon ins Gesicht gekriegt. Gut, dass ich hier sterbe. Ich habe noch ein Sprung, das ist nicht schön. Hey, weiter. Und hier durch. Und da durch. Und da, bla, bla. Und sonst. Ja. Schneller vielleicht. So. 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 Die hier. Wenn ich hier auch die ganze Karte aufgedeckt habe. Oh. So. Ja. Aspekt, der wird da nicht hoch gehen gegangen. Ach, komm schon. Okay. Das muss doch jetzt nicht unbedingt sein, oder? Äh, kann man da irgendwie durch, oder so? Ach, Mann, ich bin doch dumm. So. Der letzte Super-Silda verschossen. Okay. Ja, komm schon. Schna. Schna. so schneller, schneller, schneller hier durch schneller, schneller na, geil ach geil, hier kommen wir jetzt auch nicht mehr durch das ist natürlich sehr nice ok guck da oh man ähm nein warum da oben ach komm schon, bewegt dich bewegt deinen intern schneller ja das könnte eng werden oh 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 nicht hin ok da rein nein wo bin ich jetzt wieder sag mir jetzt nicht das heißt ich muss ihn jetzt nochmal machen na gut er war jetzt nicht so schwer mit an zu kommen bis er ist da ok ja 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 blablabla ob wir sind tatsächlich nochmal machen ist doch scheiße ja ähm micha 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 blablabla 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 So, ich fang's jetzt wirklich schnell. Krasse. Der Mist. Ähm, damit es euch nicht unbedingt langweilig wird. Also, ich versuch möglichst schnell zu machen, damit es euch nicht unbedingt langweilig wird. Und damit ich hier, äh, was ich sowieso tun werde. Weil es kommt gleich noch ne, äh, Cut-Scene, aber der hat voraus gesagt, dass ich schaff's mal. So. Nerf, nerf. Oh, geht weg. Oh, geht durch. Der Mist. Ich weiß nicht. Das hier kommt. Die hier kommt. Der Mist. Der Mist. Der Mist. Der Mist. Komm. Oh, du wirst immer mit dem Hintern. Uhhh. Komm, ich hab aber noch 3 Minuten. Komm, 6. Das könnte eng werden. Ich hab nicht mehr viel Leben. Einmal leben wir auf der Nähe. Okay. Ah, jawoll. Ah, ich sterb schon wieder. Von diesen Pinnern hier. Kann ich angehen.